Als ich gerade meine tägliche Runde über meinen Minecraft Citibus Server gemacht habe, ist mir ein Spieler aufgefallen, der gerade seit 20 Minuten erst auf dem Server spielt. Er ist seit diesen 20 Minuten einfach schon fleißig dabei, sein erstes Haus zu bauen, das finde ich richtig cool und das möchte ich unterstützen. Aber bevor ich ihm jetzt einfach helfe, ohne dass er das vielleicht möchte, werde ich ihn jetzt einfach mal fragen. Perry, darf ich dir helfen? Er hat Ja geschrieben. Okay, Leute, passt auf. Da ich ja auch noch auf meinem Server bin und magische Kräfte habe, kann ich jetzt einfach nur mit Befehl in den Chat eingeben und dann passiert das hier. Perry hat jetzt ein riesiges Haus und das gehört nur ihm. Er schreibt, ist das jetzt mein Haus? Ja, Perry, das gehört jetzt nur dir. Er schreibt, danke, ich glaube, er freut sich. Und ihr könnt Perry jetzt auch einen Gefallen tun. Pro Like kriegt ihr 10 Dollar auf sein Konto überwiesen und pro Kommentar wird ein Kuchen in dieser Kiste hier spawnen. Der Server ist Java und Bedrock, die IP ist op.net.